So, jetzt begrüßen wir den Bello. Der Bello beginnt jetzt mit der Show. Bernhard, mein Freund, was hast du? Bernhard, was hast du? Was ist los mit dir, Bernhard, mein Freund? Das ist doch gar kein Hund. Wieso? Das bitte, da sieht man, dass der Bello mit einem Ohr kann er, ein Ohrwaschel kann er aufstellen, das andere hängt. Bernhard, mein Freund, was ist los mit dir? Du Spacko, bist du auf den Kopf gefallen, in der Manege, auf den Kopf gefallen oder was? Guck, das ist ein Foto von einem Hund, verstehst du? Ach so? Das ist kein echter Hund, das ist ein Foto, hier, guck mal. Nein, nein. Kannst du doch vorgreifen? Glaube ich gar nicht so. Von mir eindeutig in der zweiten Runde der Bello, ein Plus. Was sagt ihr? Super, super süß. Okay, der Hund ist scheiße, aber die Idee, dass man kacken kann in den Sack, der ist für mich gut, verstehst du? Das wird dir auch gut und dann würde man dir nicht immer in den Kopf kacken, verstehst du? Bitte, Sido. Von mir auch ein Plus. Bello ist in der zweiten Runde.